Aufgrund dieser Teuerungen und aufgrund der Pandemie spürbar, dass die psychische Belastung steigt, dass in den Familien, wo eben vielleicht der Jobverlust war, wo sich das mit dem Einkommen nicht mehr ausgeht, das natürlich viel schneller zu Übergriffigkeiten und Gewalt kommt. Also das sagen sie uns durchaus vermehrter. Das AWAY ist eine Jugend-Notschlafstelle, ist auch die einzige Jugend-Notschlafstelle, die es gibt in Wien. Die meisten Jugendlichen kommen in Krisensituationen. Gewalt in der Familie, dass die Mutter oder der Vater Alkoholiker ist, trinkt oder psychische Erkrankung hat, dauernd schreit, keine Privatsphäre zulässt. Am Anfang ist es wichtig, dass sie sich einmal sicher fühlen, diesen Schutz- und Erholungsraum verstehen. In der sozialen Arbeit nennen wir das auch Empowerment. Das heißt, wir stärken sie dabei zu sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu verändern und du hast jeden Tag die Möglichkeit das zu machen. Willst du eine Ausbildung, willst du keine Ausbildung. Die Möglichkeiten sind ja auch gegeben. Es ist sehr gut zu sehen, dass es vielen gelingt.